Herzlich willkommen, Susanne Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Ich habe es gerade gesagt, Sie leben seit 40 Jahren in Großbritannien. Dürfen Sie denn morgen mitwählen? Nein, ich habe nur einen Pass und das ist der Deutsche. Okay, das heißt, Sie gucken sozusagen von der Seite drauf auf dieses Was-Ja-Was. Ist das jetzt geworden, ein Duell zwischen eben diesem Premier, dem konservativen Premier Boris Johnson und seinem Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn? Immer mehr ist es zu einem Duell geworden. Es sah ja zu Anfang mal so aus, als würden die Liberalen vielleicht auch eine starke Stimme haben. Aber je mehr wir zur tatsächlichen Wahl gegangen sind, umso mehr sind die Liberalen wieder nach unten verschwunden und die sind aufgesogen worden, sowohl entweder von den Konservativen oder auch von Labour. Also es ist jetzt ein richtiges Duell. Wenn Sie wählen könnten, welcher der beiden Kandidaten flößt Ihnen denn Vertrauen ein? Herr Johnson oder Herr Kroggen? Ja, dass man schwimmt oder ich schwimme so wie viele andere auch in einer See von Pest und Cholera. Wenn ich wählen dürfte, würde ich wahrscheinlich die Liberalen wählen. Oder es gibt eine Reihe von unabhängigen Kandidaten, die zum Teil aus Labour oder aus den Konservativen rausgetreten sind, sind Moderate oder sie sind auch rausgeworfen worden von Boris Johnson. Und einige davon sind sehr, wie ich finde, sehr wählbar. Jetzt sagen Sie Pest und Cholera. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Was haben Sie gegen die beiden Herren, Herrn Johnson zum Beispiel? Also beide Parteien sind deutlich extremer geworden. Die Konservativen sind eine englische nationale Partei geworden, die einen sogenannten harten Brexit befürwortet. Boris Johnsons Partei, ja. Boris Johnsons Partei. Und Labour unter Jeremy Corbyn ist eine marxistisch-sozialistische Partei, die zurückguckt auf die 70er vielleicht, die viele Dinge renationalisieren will. Das ist eine große Umverteilung von den Unternehmen und auch von den sogenannten Reichen zu den weniger Betuchten. Und natürlich ist da auch der Geruch des Antisemitismus bei dem Labour. Und die beiden Kandidaten persönlich überzeugen Sie auch nicht? Persönlich überzeugen Sie nicht. Boris Johnson, selbst seine Freunde sagen, er sei ein Lügner. Das muss man mal so kennkriegen. Vielleicht meinen die das als Kompliment. Nein, das glaube ich nicht. Er ist mehrfach aufgefallen worden, dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Also er hat ein großes Problem mit der Glaubwürdigkeit. Das wird auch ganz offen angesprochen. Und Jeremy Corbyn natürlich hat das Problem nicht. Das ist ein Überzeugungstäter. Aber er ist eben so sozialistisch und wird auch von einer, sagen wir mal, von einer Clique, die regiert, die mit richtig stalinistischen Methoden da vorgeht. Das mögen die Leute auch nicht so gerne, inklusive meiner selbst. Aber jetzt ist ja ein Thema über all den anderen drüber gestirbt. Und das ist der Brexit. Also das ist eine Entscheidung entweder für den Brexit, das sagt Boris Johnson. Und Jeremy Corbyn sagt, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr nochmal ein Referendum. Immerhin. Haben Sie denn das Gefühl, Sie können in Ihrem Freundeskreis, mit der Familie, Sie haben ja einen irischen Mann, der hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht. Kann man eigentlich noch so gut mit denen, mit den Nachbarn reden über Brexit? In der Familie, ja. Mit den Nachbarn weiß ich nicht so genau. Warum nicht? Eben. Und ich weiß von anderen Familien, bei denen das Thema auch total totgeschwiegen wird, weil das Thema dazu geführt hat, dass manche Familien sich total zerstritten haben. Früher war das doch so, sagen wir mal, der eine hat, Onkel hat konservativ gewählt und Tante Labour und da hat man dann drüber diskutiert. Und zum Schluss hat man einen drauf getrunken und war wieder gut Freund. Und das ist häufig jetzt nicht mehr so. Das ist eine totale Spaltung, ganz schrecklich. Und wenn es so erbittert ist, was passiert denn dann bei diesen Wahlen? Also jetzt mal angenommen, dass Boris Johnson gewinnt, ist dann Großbritannien tatsächlich dann am Anfang des nächsten Jahres raus? Was glauben Sie? Also wenn er die absolute Mehrheit bekommt. Er braucht eine absolute Mehrheit. Und heute sind gerade neue Statistiken rausgekommen oder Meinungsumfragen. Es scheint so, als habe sich der Vorsprung der Konservativen, ist enger geworden, aber immer noch eine absolute Mehrheit von 28, so heißt es im Moment. Wenn er diese bekommt, könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass Großbritannien Ende Januar, wie er das vorsieht, austritt. Dann will er ja einen Handelsvertrag mit der EU vereinbaren. Er sagt, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, ruckzuck, bis Ende nächsten Jahres ist das vorbei. Und dann kommt die große Menschheitsbeglückung in Großbritannien. Er sagt übrigens auch, dass die Wirtschaft wird florieren danach. Sämtliche Experten sagen, die Wirtschaft wird, also das Wachstum wird auf jeden Fall mal runtergehen, wenn nicht es sogar zu einer Rezession kommt. Und was den Handelsvertrag anlangt, keiner, kein Experte, selbst die Regierung nicht, da sind Dokumente jetzt in die Öffentlichkeit geraten, erwartet, dass das in einem Jahr ein vernünftiger Handelsvertrag. Das heißt, das wird wieder eine Hängepartie für alle Unternehmen und für die, die irgendwie versuchen, irgendwie ihr Leben weiterzugeben. Genau so ist es. Und vor allen Dingen der sogenannte No-Deal ist immer noch im Gespräch, ist immer noch auf dem Tisch. Es wird ja immer diskutiert darüber, leiden die Briten mehr unter einem Ausstieg oder die EU, leidet Deutschland mehr als die Briten? Wie sehen Sie das? Also wenn es um relatives Leiden geht, das mehr wird sicherlich in Großbritannien sein. Aber das auch wird natürlich auch in Deutschland und im Mainland-Europe sein. Sie sind gegen Brexit. Warum eigentlich? Aus emotionalen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil Sie EU-Bürgerin sind? Ich bin aus wirtschaftlichen und aus politischen Gründen dagegen. Also ich glaube, es wird, wie gesagt, Großbritannien und auch dem übrigen Europa, Kontinentaleuropa, nicht gut tun. Und es wird Ihnen schlecht tun. Aus politischen Gründen bin ich total dagegen, weil ich denke, Europa braucht Großbritannien in der engen Gruppe. Großbritannien ist, was die Handelsverträge anlangt, Freihandel. Also zum Beispiel ist es doch mit Deutschland immer vorne gewesen, Handelsverträge auszuvereinbaren. Wir brauchen sie in der Sicherheitspolitik. Insofern denke ich, dass das Zerfleddern von der Europäischen Union ist eine schlimme Sache, insbesondere wo wir ja nun neue geopolitische Herausforderungen haben. Wir gucken nach Amerika, Donald Trump, wir gucken nach China, wir gucken Präsident Putin, wir gucken nach dem Mittleren Osten. Europa müsste umso mehr eng zusammenarbeiten, anstatt dass es nicht alles ist. Das ist der politische Grund. Sie müssen uns vielleicht ganz kurz erklären, warum Sie überhaupt 40 Jahre in London leben. Es hat etwas mit Ihrem Vater zu tun, Bundeskanzler Helmut Schmidt, in den 70er Jahren. Das war damals die Hochzeit der RAF, der Roten Armee Fraktion, selbstgemachten deutschen Terrorismus. Und natürlich die Familie Schmidt stand oben auf, oben auf der Liste. Und ja, ich als Tochter eben auch und ich konnte dann, hatte vier Sicherheitsbeamte immer mit dabei. Und konnte dann auch nicht mehr so beruflich das machen, was ich eigentlich machen wollte. Und da fügte ich sich dann gut, ins Ausland zu gehen. Sie waren bei der Deutschen Band, Sie wollten eigentlich ins Kundengeschäft. Und hat man Ihnen gesagt, Sie können... Ich wollte ins Filialgeschäft, ja. Und da konnten Sie nicht hin, aus Sicherheitsgründen? Nee, das war dann nichts mehr. Haben Sie das sehr, hat Ihnen das damals... Ja, ja, aber der Brexit macht mir jetzt viel mehr zu schaffen. Ja, ja. Der Brexit hat eine lange Vorgeschichte. Ihr Vater hat als Bundeskanzler ja auch schon mal dagegen gekämpft, dass die Engländer, die gerade eingetreten waren, in die EG damals wieder austreten wollten, er wusste, dass es ein schwieriges Verhältnis ist zwischen den Briten und den Deutschen. Und er wusste auch, das hat er zumindest 2013 zuletzt gesagt, dass eigentlich die meisten englischen Premierminister nur ein Lippenbekenntnis der Europa gegenüber gemacht haben. Ist das eigentlich dann nur konsequent, wenn Sie an Ihren Vater denken, dass die jetzt rausgehen? Die wollten eigentlich schon immer raus und sind nur so ein bisschen halb gerne drin geblieben? Großbritannien hat ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Krieg, etwas altmodischen, aber immer noch wahren Krieg und Frieden Argument, warum Europa zusammenhalten soll und zusammenstehen soll. Weil nämlich seit 1066 kein fremder Soldat in Großbritannien einmarschiert. Sie haben ein ganz anderes Verständnis und sind immer distanziert gewesen. Hat Ihr Vater noch die Hoffnung gehabt, er würde Sie näher rankriegen? Margaret Thatcher war damals seine Gegenspielerin. Ja, weiß ich nicht. Fragen Sie ihn doch selbst. Leider geht das nicht mehr, das wissen Sie. Nein, aber Sie haben ja mit ihm darüber sehr viel geredet. Und er war ja einer der Vordenker eben dieses geeinten Europas. Dass ja vielleicht dann eben mit dem Verlust Großbritanniens durchaus einfach, da geht eine Epoche zu Ende, das kann man ja wohl so sagen. Ja, sicherlich. Ich glaube, viele, insbesondere auch der älteren Generation, finden es sehr traurig und besorgniserregend, dass Großbritannien sich vielleicht doch nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch zurückziehen will aus Europa. Das ist keine gute Sache. Sie haben ja hautnah den Finanzcrash mitbekommen 2008, weil Sie eben in der Londoner Finanzwelt gearbeitet haben. Erst im Bankwesen, dann eben bei Bloomberg. Und Sie sagen, dieser Brexit fußt eigentlich auch immer noch in dieser Krise. Was hat die Krise, die Finanzkrise mit dem Brexit zu tun, Ihrer Meinung nach? Oder mit dem Wunsch der Engländer rauszugehen? Die Krise hat ja Großbritannien deutlich stärker getroffen als zum Beispiel Deutschland, weil der Finanzsektor eben ein sehr viel größeres Gewicht beim britischen Bruttoinlandsprodukt hat. Und nach der Krise, also da musste der Staat dann eingreifen, die Banken retten und so weiter und so fort, hohe Schulden machen. Und dann hat die Regierung, die britische Regierung, einen ganz harten Austeritätskurs gefahren. Ein Sparkurs, der für alle spürbar war. Der für alle spürbar war, insbesondere auch in den Gegenden, die sowieso nicht besonders gut dastanden, die ärmer waren, wo die Prosperität geringer war, wo die Leute vielleicht weniger Ausbildung hatten. Und da haben die Brexiteers sehr schlau gesagt, das ist Europas Schuld. Die Europäer, wir müssen so viel Geld nach Europa zahlen. Das wäre doch viel besser, wenn das hier in unsere Schulen geht und unsere Krankenhäuser und so weiter und so fort. Das ist ein Grund, warum viele in der Bevölkerung Brexit gewählt haben. Es gibt eine andere Gruppe, die ganz anders argumentiert. Die sagt, wir wollen endlich unsere Souveränität wieder haben. Wir sind das große Empire gewesen. Wir brauchen die alle gar nicht. Die Souveränität wird uns von Brüssel genommen. Und wir wollen endlich wieder selbst bestimmen. Und dann wollen wir vielleicht auch das Singapur an der Temse werden. Und dann werden wir wieder, global sind wir wieder jemanden. Und wir nähern uns deutlich näher an Amerika an. Die beiden Sachen passen überhaupt nicht zusammen. Aber beide Lager haben Brexit gewählt. Haben Sie denn Hoffnung, dass die Wahl morgen so ausgeht, dass Ihr Wunsch, dass es nicht zum Brexit kommt, doch noch in Erfüllung geht? Nicht so richtig, nein. Nicht so richtig, nein. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass es zu einem sogenannten Hang-Parlament kommt. Also einem Parlament, wo keiner die absolute Mehrheit hat. In der Hoffnung, dass die Koalition, die man entweder offiziell oder inoffiziell von Fall zu Fall eingehen muss, dass die dazu führt, dass sowohl bei den Konservativen am rechten Rand als auch bei den Labour auf dem linken Rand, dass da diese extremen Ränder abgeschliffen werden. Sodass wir doch etwas mehr, etwas moderatere Politik kriegen. Etwas mehr in der Mitte. Werden wir morgen sehen. Aber apropos Hoffnung. Sie sind ja SPD-Mitglied. Ich weiß, Sie reden nicht so gerne über die SPD. Aber die Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Haben Sie denn Hoffnung mit der neuen Führung, dass das jetzt mal ordentlich weitergeht? Oder hätten Sie nicht lieber diesen Hamburger Finanzminister, diesen SPD-Mann aus der Hansi-Stadt, den da, den Olaf Scholz da. Hätten Sie den lieber da gesehen? Ja. Wenn Sie mich so fragen, ja. Und der zweite Teil der Frage, geht es mit den anderen trotzdem jetzt gut? Das weiß ich nicht. Aber die Tatsache, ich fand diese ganze Findung ziemlich unselig. Ich habe das Gefühl, dass die SPD viel zu gerne Nabelbeschau macht. Ich finde es erstaunlich, dass der beliebteste männliche Politiker ab nicht gewählt wird. Endlich haben Sie mal jemanden, der beliebt ist. Olaf Scholz, meinen Sie? Olaf Scholz. Ja, also auf mich. Aber das ist nur meine Persönlichkeit. Ich bin nur ein kleines Mitglied. Das ist nur meine Persönlichkeit. Und der Kevin Kühnert, den Herr Thaddeus so liebt? Da wird viel drüber gesprochen, ja. Ja, und Sie so? Und Sie blicken ja quasi über den Kanal auf ihn. Haben Sie Vertrauen in ihn? Punkt oben, der ist 30, der ist vielleicht die Zukunft der Partei. Die SPD ist ein großer Verein, immer noch. Hat auch immer noch viele Mitglieder. Ich denke, das muss mehr eine Gruppenveranstaltung werden. Und man wird sehen. Das habe ich jetzt nicht gehört, was Sie über Kevin Kühnert gesagt haben. Haben Sie was gesagt? Oder habe ich es einfach nur überhört? Haben Sie was gefragt? Ja, ja. Zu Kevin Kühnert. Nein, ernsthaft. Das würde mich... Jede Partei guckt ja mit dem Nachwuchs auf die Zukunft. Ist die Partei mit Kevin Kühnert gut bedient? Ich denke, es ist gut, wenn Parteien jüngeren Nachwuchs haben. Der muss auch gefördert werden. Und dann wird sich zeigen, ob sich der Nachwuchs bewährt oder nicht. Und Ihr Gefühl so bis jetzt so? Wollen wir im nächsten Jahr mal widersprechen. Ja, sehr gute Idee. Vielen Dank, Susanne Schmidt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Aber ich nehme Sie dann beim Wort. Nächstes Jahr nochmal der Herrn Kühnert. Vielen Dank.